Einen angenehmen Wochenstart, hallo und herzlich willkommen zu Krone oder Kasperl hier auf Krone TV und das in einer noch nie dagewesenen Konstellation mit Sportredakteur Florian Kröger. Servus. Servus, grüß dich. Gleichzeitig deine zweite Sendung, hoffe der Wohlfühlfaktor hier im Studio ist schon irgendwo gegeben und ich glaube auch, wir freuen uns, dass der österreichische Fußball wieder gestartet ist, oder? So ist es, ich werde meine Routine vom ersten Mal voll ausspielen und ich glaube, wir haben genug Themen zu besprechen, ich freue mich. Sehr gut. Miroslav Klose, da haben wir auch gleich ein Bild eingeblendet, hat sein erstes Pflichtspiel als Alltagstrainer bestritten. Ein 3 zu 1 Ausweitserfolg gegen Team Wiener Linien Elektra, also einen Regionalligisten. Kann sich sehen lassen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man weiterkommt. Aber er hat auch selber gesagt, Alltag soll als Fundament dienen. Was kannst du mit der Aussage anfangen? Ja, also Feuerwerk war es keines, aber wie du sagst, das Wichtigste ist, dass sie noch dabei sind. Ich habe mit ihm gesprochen bei der Bundesliga-Pressekonferenz in Wien und er macht einen sehr, sagen wir mal, deutschen Eindruck sozusagen. Also ein bisschen schmähbefreit, würden wir vielleicht sagen, aber er wirkt sehr zielstrebig. Und wie du sagst, er hat das eben angesprochen, das ist die Basis, das ist das Fundament. Und er hat mehrfach eben darauf hingewiesen, er hat sich auch als Spieler alles langsamer arbeiten müssen, Step by Step. Und den Weg möchte er jetzt auch als Trainer gehen. Und das finde ich wieder sympathisch, dass man nicht sagt, ich bin der WM-Rekord-Torschütze, ich möchte sofort in der Bundesliga in der Deutschen trainieren, sondern dass man da ein bisschen realistisch ist und bin gespannt. Also er hat gesagt, er möchte mit Alltag dominieren und auf Ballbesitz spielen. Das wird eh schon ein einlicher Challenge. Wenn man jetzt spezielle Vorsaison hernimmt, wo sich Alltag doch geplagt hat und eigentlich in letzter Sekunde erst den Klassenhalt klar gemacht hat. Wie sicher bist du dir, dass er da souveräne Arbeit leisten kann, dass Alltag sich wieder vielleicht unter die Top 6 finden wird? Das glaube ich nicht. Ich glaube, das glaubt er auch nicht, dass sie unter die Top 6 kommen können. Aber ich glaube, dass ihm natürlich der Name und die Reputation dabei helfen, dass man natürlich mittelfristig zumindest planen kann. Einen Klose wirst du nach drei Niederlagen nicht raushauen. Das kann natürlich einem Noni im Trainer viel leichter passieren. Aber ich bin gespannt, wie viel er da weitergeben kann, auch von seinem Mindset. Und lassen wir uns überraschen. Also ich glaube nicht, dass sie Letzter werden. Noch mehr Mühe hat auf jeden Fall der österreichische Rekordmeister Rapid auswärts in Kärnten. Gegen den SK Dreibach hat Guido Burgstall in der 94. Minute erst das erlösende Tor erzielen können. Sind die Grün-Weißen deiner Meinung nach durch die Neuzugänge jetzt stärker, schlechter? Da muss man erst abwarten, was Feldhofer mit diesem neuen Team überhaupt anfangen kann. Ich glaube, man muss abwarten, weil der Umbruch doch relativ groß war. Aber es war mal für Guido ein guter Start, glaube ich, weil in Wahrheit natürlich alle hoffen auf Tore in Europa. Aber jetzt war mal das im Cup sehr wichtig. Auch reputationsmäßig, sage ich einmal, weil Grün-Weiß und frühes Cup ausgleich hat es schon zu oft gegeben. Der letzte Titel ist ewig her. Das heißt, glaube ich, mal ein gelungener Start für ihn. Und für den Rest zumindest mal eine Erleichterung, dass nichts passiert ist. Unterm Strich muss man auch sagen, es hat eigentlich kaum Umfaller gegeben bei dieser ersten Runde im ÖFB Cup. Ein Zweitligist mit Vorwärtssteier hat sich verabschiedet durch eine Niederlage gegen Hertha Wels. Und auch die Viener ist gegen Siegendorf nach dem Elfmeterschießen auf der Strecke geblieben. Gab es für dich trotzdem noch eine Überraschung aufgrund des Ergebnisses? Oder unterm Strich haben sich die Favoriten durchgesetzt? Nein, unterm Strich sind die Favoriten weiter. Die Viener war noch überraschend, weil die ja doch relativ ambitioniert sind, auch durch den Kader. Und jetzt in der zweiten Liga angreifen wollen. Aber das ist das Schicksal meistens in der ersten Cup-Runde. Alles ist noch neu. Und wenn es wen erwischt, dann meistens da. Der österreichischen Bundesliga werden die Karten jetzt auch neu gemischt, unter Anführungsstrichen. Salzburg wird wahrscheinlich dem nächsten Meistertitel entgegenspielen. Auf der anderen Seite versucht die Konkurrenz natürlich, die Salzburger irgendwie zu stoppen. Siehst du irgendwo Potenzial? Wir haben jetzt letztens auch in der Kronenzeitung einen großen Artikel gehabt, wo viele gesagt haben, es ist eigentlich kaum möglich, sie zu gefährden. Ich glaube, es ist recht treffend, wenn du sagst, die Karten werden neu gemischt. Aber ich glaube, die Asse fehlen sozusagen in dem Kartenspiel für die anderen. Also realistisch betrachtet ist es eigentlich unmöglich. Und man hat es auch dann durchgehört bei den Trainern. Da sagt jeder, wenn wir den Vorsprung von Salzburg etwas verringern könnten, sind wir schon super happy. Und ich fürchte, mehr wird es auch nicht spielen. Die Wiener Austria hat die Ehre, zum Auftakt auf Salzburg zu treffen. Wir wissen, Manfred Schmid hat auch gesagt, mit den Neuzugängen, mit der Konstellation, ist er durchaus zufrieden. Wir wissen, viele Ex-Lask-Spieler sind jetzt am Verteilerkreis gelandet. Deiner Meinung nach, noch mehr Potenzial ist in der Vorsaison? Glaube ich schon. Glaube ich schon. Wobei jetzt, obwohl es im Cup sieben Tore geschossen hat, man muss schauen, wer in der Bundesliga die Tore schießt. Djuricin ist noch angeschlagen, Tabakovic ist angeschlagen, Raguz ist nicht fit. Das heißt, da muss man schauen, jetzt hat der Fischer viermal getroffen. Das wird er in Salzburg wahrscheinlich nicht machen. Aber da muss man schauen, was sich der Manfred einfallen lässt. Aber ich traue Ihnen eine gute Rolle zu, wie der da aus der Heuer. Vielleicht allgemein, außer Salzburg und der Austria, wen würdest du oben sehen, die berühmt-berüchtigten? Wer könnte überraschen? Wer spielt deiner Meinung nach gegen den Abstieg? Wer könnte überraschen? Sturm Graz müssen wir natürlich nach oben nennen. Und was ich so durchgehört habe bei dieser Pressekonferenz mit den Trainern und auch mit den Kollegen in den Bundesländern, glaube ich, dass es für Austria Lustener und für Tirol am schwierigsten wird dieses Jahr. Also die beiden Teams aus dem Westen sind der Meinung von Florian Kröger nach nicht zu beneiden. In dieser Saison werden es auf jeden Fall schwer haben, um das richtige Wort zu finden. Lewandowski, eine Personalie, die seit Wochen für Fragezeichen sorgt, bleibt er bei Bayern, geht er zu Barcelona. Jetzt ist das Ganze fix. Hier sehen wir noch ein Foto für seinen alten Arbeitgeber. Über 300 Tore in der deutschen Bundesliga geschossen. Es war so ein bisschen ein Hin und Her. Wie hast du diesen Prozess insgesamt miterlebt? Im Endeffekt würde ich sagen, es ist das bittere Ende einer Ehe, wie man es vielleicht auch abseits des Fußballplatzes kennt. Also ich finde, es war ein bisschen unwürdig zum Schluss. Es ist sehr viel nach außen getragen worden, sehr viel über die Medien gespielt für uns. Nicht undankbar, wenn im Sommer ein bisschen die Schlagzeilen sich von alleine kreieren. Aber ich finde gerade ein Stürmer, der so lange dabei war, da muss es normal irgendwie einen anderen Weg geben, dass man das nicht so enden lässt. Wir können uns erinnern, Oliver Kahn hat vor einigen Wochen bei einer Pressekonferenz das Wort Basta verwendet, um quasi die Medien zu signalisieren. Der bleibt auf jeden Fall in München. Letztendlich hat er sich jetzt auch so ein bisschen aus der Affäre gezogen und Dankbarkeit gespendet. Gesagt, der Pole hat doch einiges geleistet. Und das muss man dann auch in den Vordergrund rücken. Welchen Beigeschmack hat das Ganze am Ende für dich? Das hat er natürlich schön gesagt. Aber die Wahrheit ist, dass in so einem Fall, wie wir es auch schon öfter erlebt haben, der Spieler am längeren Ast sitzt mittlerweile. Ja, also da gibt es zwar Verträge, aber was willst du machen, wenn dein bester Spieler sagt, ich habe ein gutes Angebot, ich will weg? Entweder sind sie dann verletzt, nicht bereit zum Trainieren. Viele, er war zwar da, ist zu spät gekommen, lustlos und so weiter. Also es ist dann alles irgendwie ein Kasperltheater und ein bisschen eine peinliche Show. Was bedeutet das jetzt für Bayern und Barcelona? Qualität ist weg bei Bayern. Sadio Mane kann das möglicherweise kompensieren. Man weiß auch nicht, was noch passiert. Bis Transferende. Und Barcelona hat jetzt endlich den Stürmer gefunden, den sie brauchen? Interessant wird es einmal für Bayern auf jeden Fall. Also die Scorer-Punkte, ich weiß nicht, es werden, glaube ich, mit Assists, es werden das ja weit über 40 sein, die da wegfallen. Das wird sehr schwer. Ich habe schon gehört, Salihamidzschi sagt, man muss da so viele Schultern verteilen. Es ist natürlich auch immer leichter gesagt als getan. Aber sie haben keine andere Wahl. Und ich glaube, in der Liga wird es kein Problem sein. International muss man halt schauen, ob du dann sozusagen ohne einen echten Neuner Bäume ausreißen kannst. Und bei Barcelona, ja, die verblüffen mich ein bisschen. Finanziell schwer angeschlagen. Aber was alles möglich ist, ich glaube, sie haben jetzt schon 85 Millionen Neuzugänge geholt. Das geht, glaube ich, auch nur in Spanien, wenn du eigentlich kein Geld hast. Schauen wir mal. Also ich glaube, auf Real wird am Ende trotzdem was fehlen. Aber es könnte zumindest wieder spannend werden. Also Barcelona rüstet auf für die kommende Saison. Trotz finanzieller Probleme. Einen Namen wollen wir noch in den Raum werfen, um das Fußballkapitel abzuhacken. Bei Manchester United wird auch kräftig eingekauft unter der Regie von Eric ten Haag, der sich jetzt den ein oder anderen Holländer schon gesichert hat. Jetzt kommt ein argentinischer Holländer sozusagen von Ajax, Lissandro Martinez für 67 Millionen. Auch wieder eine Wahnsinnssumme für einen, den man vielleicht noch gar nicht so richtig kennt. Ja, also Manchester United wird ein bisschen jetzt eine Holland-Filiale. Das ist eine Ajax-Filiale. Und man muss sagen, es ist ein Wahnsinn, was sich da abspielt. Also vor eineinhalb Jahren, wie die Premier League-Clubs gejammert haben, lassen wir in Wahrheit die halb kranken Leute wieder ins Stadion, weil uns bricht sonst alles weg. Jetzt haben sie schon wieder die Ein-Milliarden-Marke geknackt bei den Transfers und das geht noch weiter. Also das ist so, als ob es die Pandemie nie gegeben hat. Und ich glaube auch bedingt durch einen neuen TV-Vertrag explodieren die Zahlen komplett jetzt. Ich kann mich auch erinnern, gestern habe ich eine Grafik gesehen, wo man gesehen hat, wie viel Raheem Sterling jetzt beim FC Chelsea pro Minute, pro Stunde und so weiter verdient. Siehst du irgendwo ein Ende, irgendwo mal ein Limit oder werden wir damit konfrontiert sein, dass Spieler nach und nach teurer werden? Also im Moment macht bestimmt die Nachfrage den Preis. Ich bin gespannt, wie weit sich die Spirale noch dreht und ob wir irgendwann dort ankommen bei amerikanischen Verhältnissen mit einer Caps-Hallery, mit einer Gehaltsobergrenze. Aber ich glaube, es wird erst dann soweit sein, wenn es genügend sozusagen auf die Pappen gekaut hat von den anderen und aus der Erfahrung wird man dann klüger. Also das benötigt es, um die Fußballwelt vielleicht ein bisschen sauberer wieder zu machen. Nach einer kurzen Werbepause blicken wir auch noch auf das EM-Abenteuer unserer Frauen. Weiter geht es auch mit Dominik Thiem, der sich in dieser Woche in der Schweiz profilieren wird. Die Leichtathletik-WM und auch die Tour de France gibt es oben drauf. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück hier aus dem KRONE-TV-Sportstudio zur KRONE oder Kasparl. Weiter in dem Beisein von Florian Kröger. Servus. Servus, grüß dich. Das Fußballkapitel müssen wir doch noch abrunden mit unseren Damen, die höchst erfolgreich bei dieser Europameisterschaft sind. Viele haben schon vorher von diesem Endspiel gegen Norwegen gesprochen. Hier sehen wir das Bild, die jubelnde Nicole Biller, die es möglich gemacht hat. Jetzt wartet das Duell gegen Deutschland am Donnerstag. Mit welcher Vorfreude, mit welcher Erwartung von deiner Seite? Mit einer Erwartung, dass sie zumindest von der Leidenschaft hier dort anschließen können, wie in der Gruppe. Ich glaube, bis jetzt ist alles gelaufen wie geplant, unter Anführungszeichen. England, das war einkalkuliert, dass man da vielleicht nicht punktet. Dann der Pflichtsieg gegen Nordirland und dann dieses Finale eben, das du angesprochen hast, wo uns wahrscheinlich auch in die Karten gespielt hat, dass ein Punkt reicht. Kann man das vielleicht ein bisschen anders angehen. Jetzt wird es natürlich ganz schwierig. Deutschland, Gruppensieger souverän, achtfacher Champion, auf jeder Position doppelt besetzt. Aber ich traue den Mädels trotzdem was zu. Lassen wir uns mal überraschen. Also ich finde, sie machen bis jetzt einen guten Eindruck. Und man sieht auch, dass Frauenfußball in der Breite der Bevölkerung angekommen ist. Ich glaube, 800.000 oder mehr Zuschauer. Das spricht für sich und finde ich gut und freut mich. Konkreter gefragt, was muss gegen Deutschland passieren? Müssen sie einen perfekten Tag erwischen und die Deutschen einen ganz schlechten? Oder was spricht für Österreich? Für Österreich spricht, wie es der Kollege Christian Mayrofer, der ja schon seit zwei Wochen vor Ort ist, heute auch geschrieben hat, vor allem die defensive Stärke. Ich glaube, Österreich hat jetzt in acht EM-Spielen insgesamt, plus der vorigen, zwei Gegentore erst bekommen. Das heißt, wenn einmal die Null steht, wenn die Null möglichst lang steht, dann steigen natürlich die Chancen. Ich glaube, vorn haben wir das Potenzial, dass einmal einer reingeht. Also 4 zu 3 werden wir nicht gewinnen, glaube ich. Aber vielleicht 1 zu 0. Donnerstagabend ist dann Tag der Wahrheit. Wir switchen zu einer anderen Sportart, bleiben natürlich wieder bei einem österreichischen Bezug. Dominik Thiem, der uns über 14 Monate gezeigt hat, wie eine Leidensphase eines Profi-Tennis-Spielers aussehen kann. Jetzt mit den beiden Siegen in der Vorwoche hat er zumindest einmal alle Kritiker ein bisschen besänftigt. Jetzt geht er in den Start, an den Start, mit ein bisschen Höhenmeter, will er sich da auch auf Kitzbühel vorbereiten. Hugo Gastin ist sein erster Gegner. Wo siehst du ihn aktuell? Ist er wieder am aufstrebenden Ast oder darf man das nicht überbewerten? Ich glaube, er ist auf jeden Fall am aufstrebenden Ast. Und ich glaube, jede Woche, jeder Tag, jedes Match tut ihm sehr gut. Ich finde, dass das teilweise auch ein bisschen zu massiv war, die Kritik, dass man dann, der Österreicher kommt da schnell ins Raunzen und sagt, den interessiert es nicht mehr, der ist saad, der hat keinen Biss. Ich glaube, wenn man da ein bisschen näher dran ist, da sieht man einfach, Tennis ist eine Weltsportart. Und wenn du da länger verletzt bist, dann kannst du dich nicht hinstellen und dann die Gegner runterschießen, sondern es ist ein Prozess, ein mühsamer natürlich. Du verlierst auf einmal gegen Leute, die du vorher problemlos besiegt hast. Und jetzt langsam kommt er wieder rein. Und wie gesagt, jeder Sieg bringt Selbstvertrauen. Und bis er wieder ganz der Alte ist, wird es noch dauern. Aber ich glaube, er wird uns jetzt bei jedem Turnier mehr Freude bereiten. Jürgen Melzer hat erst vor wenigen Wochen in einem Interview hier gesagt, wenn alles glatt läuft, wenn er verletzungsfrei bleibt, also keinen Rückfall, er sozusagen hat, dann sieht er ihn sogar im Herbst schon wieder dort, wo er mal war. Könntest du dem irgendwie beipflichten oder wird es wahrscheinlich ein bisschen eine längere, geduldigere Phase? Gut, das wird interessant. Ich würde mich freuen, wenn es so wäre. Ich meine, wie gesagt, ein bisschen ist er jetzt ja schon drin. Und auch wenn die Sieger später gekommen sind. Aber wenn der Jürgen recht behält, da freue ich mich. Sehr gut. Vom Tennis kommen wir auch noch zur Leichtathletik-Weltmeisterschaft, die seit einigen Tagen im Gange ist. Und da haben wir zunächst mal das 100-Meter-Video der Männer vorbereitet. Denn es gab einen historischen Dreifach-Sieg. Und das auch noch vor heimischem Publikum, wenn wir uns das Video gemeinsam anschauen, Flo. Da sehen wir das Ganze. Im Endeffekt hat sich Fred Curley vor Marvin Bracey und Tyron Bromwell durchgesetzt. Das ist das dritte Mal in der Geschichte, dass es überhaupt passiert. Ich glaube, wir können nur davon träumen, dass wir bei einer Heim-Leichtathletik-WM dreimal mit Österreichern am Stockball stehen. Ja, da hast du natürlich recht. Einerseits muss man natürlich sagen, jetzt durch den Wegfall eines Usain Bolt und so weiter, hat das jetzt für Österreich oder generell vielleicht ein bisschen an Glanz verloren. Man ist jetzt nicht mehr so nah dran. Prinzipiell kann man nur hoffen, dass dieser Dreifach-Sieg auch in ein paar Jahren noch besteht. Dass da alles sauber abgelaufen ist. Hoffen wir es mal und gehen wir davon aus. Und fast spannender für uns ist ja, was Dienstag am Abend passiert, glaube ich. Genau, so schaut es aus. Lukas Weiss-Heidinger zwischendurch, aber auch noch die Meldung, da zeigen wir das Video jetzt nicht, ja auch die Damen haben nämlich einen Dreifach-Sieg bei den Jamaikanerinnen gefeiert. Scheint modern zu sein, dass sich der Nation an alle Prothesplätze krallen. Scheint fast so. Und ich glaube, bei den Jamaikanerinnen ist es ja ein bisschen skurril gewesen vorher, weil die sind ja nicht die drei besten Freundinnen. Aber ich glaube, wenn dann jeder eine Medaille hat, dann passt's. Dann ist der Hausfrieden auch wieder hergestellt. Lukas Weiss-Heidinger, hast du schon angeschnitten? Ich glaube, in der Nacht auf Mittwoch, so gegen drei Uhr herum, ist Tag der Wahrheit. Er hat sich aber in der Qualifikation schon sehr, sehr souverän gezeigt. Er hat vor allem uns und seinem Trainer mal die grauen Haare erspart, indem er nicht erst da auf den letzten Drücker die Quali geschafft hat, sondern gleich souverän mit dem ersten Versuch. Und was er da rüber funkt, ist alles sehr positiv. Er fühlt sich wohl, Anlage gefällt ihm, Form passt. Und ja, ich glaube, es gibt jetzt sechs Medaillen-Kandidaten, die besten vier von Olympia und zwei Newcomer. Und schauen wir, ob er, ich wünsche ihm das Beste und vielleicht in Richtung Bronze unterwegs ist. Gut, das heißt, mehr als Bronze wäre schon eine Überraschung, weil eben die beiden Konkurrenten zu stark sind. Oder ist er für dich die dritte Kraft? Er ist für mich die dritte Kraft. Ich wünsche ihm auf jeden Fall eine Medaille. Die Farbe wird dann ihm und mir auch egal sein. Sehr gut. Also um drei Uhr dreißig herum am Mittwoch, also in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, dann Daumen drücken für Lukas Weiß-Heidinger. Die Tour des Vraus, die neigt sich langsam aber sicher auch schon am Ende zu. Hier sehen wir den Zieleinlauf der gestrigen 15. Etappe über 200 Kilometer, 40 Grad. Zunächst einmal an dich die Frage, ist das was, was dir reizt bei so Hundtemperaturen so weit radeln oder eher nicht? Was glaubst du? Ich will jetzt nicht vorgreifen, aber... Ich bin teilweise beim Zuschauen schwitzig schon. Gut, also vom Fernseher reicht das auf jeden Fall schon. Auf jeden Fall eine mörderische Leistung, die man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen kann als Normalsterblicher. Und die gestrige Etappe ist einem Belgier Jasper Philipsen gegangen vor Wut van Erd. Und dann gab es auch noch einen Zwischenfall, der das Ganze spannender machen könnte. Denn Jonas Winkegaard, der dänische Gesamtführende, ist zum einen gestürzt und hat zwei Mitfavoriten beziehungsweise Kollegen verloren, die sich verletzungsbedingt aus dieser Serie verabschieden mussten. Wie schwerwiegend ist das, wenn man gestürzt ist und auch noch zwei Kollegen verliert, die einem ein bisschen Tempo machen? Also ich glaube, nach dem Sturz war er dann schnell wieder dabei. Also das Schwerwiegendere und es sind sicher die zwei Helfer, die fehlen, weil wenn du was brauchen kannst in der letzten Woche in den Pyrenäen, dann sind das Helfer. Und ich glaube schon, dass sich die Ausgangsposition jetzt ein bisschen verschoben hat und da wartet noch viel Arbeit auf den Herrn, wenn er das Gelbe nach Paris bringen will. Vor allem dahinter wartet jener Mann, der die Tour de Voraus in den letzten beiden Jahren für sich entscheiden konnte mit Tadej Pogacar, der auch schon die ein oder andere Etappe hatte, wo er eingebrochen ist. Glaubst du schon, dass dieser Vorteil des bereits gewonnenen Titels für Pogacar spricht, dass vielleicht Winkegaard jetzt in den letzten Etappen auf österreichisch gesagt der Reis geht? Das weiß ich nicht, um ihm der Reis geht, aber ich glaube generell, dass es ein Vorteil ist, wenn du schon weißt, wie es geht. Und deshalb glaube ich, dass das noch ganz eine enge Geschichte wird und lassen wir uns überraschen, aber es wird sehr spannend. Aus österreichischer Sicht ist Patrick Konrad auch nicht so schlecht dabei. Ich glaube, in der Gesamtwertung da doch um zu viele Minuten zurückliegen, dass er noch etwas bewerkstelligen könnte. Aber ich glaube, es wäre mal wieder an der Zeit, einen neuen Bernhard Kohl unter Fernbedingungen auf die Strecke zu bringen. Wäre es natürlich. Und wobei der Patrick, der kann das auch bis jetzt. Also da müssen sehr viele Faktoren einfach zusammenspielen. Das ist bei der Tour de France, da kannst du nicht einfach sagen, heute ist mein Tag. Er war jetzt, glaube ich, ja zuletzt sehr gut unterwegs, aber dann am Ende, wenn du ein bisschen, wenn du zwei, drei Prozent zu wenig im Tank hast, dann geht es sich einfach nicht aus. Aber ich finde, es spielt keine schlechte Rolle und schauen wir, was noch möglich ist. Also in dieser Woche auf jeden Fall noch dranbleiben in der Tour de France. Im Rahmen unserer Sportnews werden Sie definitiv tagtäglich auf dem Laufenden gehalten. Zum gründenden Abschluss müssen wir auch noch kommen. Du darfst entscheiden, zuerst Krone, zuerst Kasperl. Machen wir es positiv, zuerst das Negativ. Machen wir zuerst die Krone. Die Krone, die geht diese Woche? Die Krone, die geht jetzt schon vor dem Vielleicht-Sieg gegen Deutschland und unsere Fußball-Damen. Weil ich finde, die machen das einfach gut, die repräsentieren unser Land gut, die zeigen Einsatz und Wille und ich finde es einfach cool, dass sie es geschafft haben ins Viertelfinale. Also zum zweiten Mal nach 2017 sind Sie bei einer EM-Endrunde dabei, damals sogar ins Halbfinale gekommen. Wer weiß, was gegen Deutschland am Donnerstag möglich ist. Einen richtigen Kasperl haben wir nicht wirklich ausfindig machen können, aber ein bisschen eine Kasperl-Atmosphäre hat es dann doch gegeben. Wir haben gesagt, wir einigen uns darauf, es war zumindest ein Kasperl-Theater, die Lewandowski-Geschichte, wo es am Ende natürlich, du kannst sagen, der Lewandowski ist jetzt der Sieger, weil er ist bei Barcelona, aber insgesamt ist der Fußball, glaube ich, ein Verlierer bei solchen Sachen, weil viele Leute das teilweise nicht nachvollziehen können. Die sagen, wenn ich irgendwo was unterschreibe, dann gilt das und bei anderen scheint es eben anders zu sein. Also Krone und Kasperl in dieser Woche wieder verteilt worden. Zum Abschluss vielleicht ein kleiner Vorgeschmack auf einen größeren Artikel, der in der Kronen-Zeitung erscheinen könnte. Es gibt sehr, sehr beliebte Fan-Artikel, unter anderem das Trikot des SV Ried. Warum ist das im Ausland auch beliebt? Ja, wir machen da, das wird morgen in der Kronen-Zeitung sein, eine schöne Doppelseite mit den lustigsten Fan-Utensilien in der Bundesliga plus dazu eine Service-Geschichte, wie viel kostet das billigste Abo, wie viel kostet ein Getränk und so weiter, dass man sich als Familie ein bisschen vorbereiten kann in schwierigen Zeiten. Und das Trikot des SV Ried ist deshalb beliebt bei Fans, die ein bisschen auf Kuriositäten stehen, weil es eine schöne, große Leberkäse-Sammel auf dem Ärmel hat. Und das dürfte im Ausland bei hunderten Fans für so viel Gaudi sorgen, dass sie regelmäßig zu Saisonbeginn etliche Stück davon ins Ausland verkaufen. Da sieht man, es braucht nicht viel, um heiß begehrt zu sein. So, besten Dank auf jeden Fall. Hat mich sehr gefreut, mit dir auch mal diese Sendung zu vollziehen. Vielen Dank. Danke und hoffentlich bis bald. Hoffentlich bis bald. Das gilt natürlich auch an Sie, liebe Zuschauer. Nächsten Montag wird wohl Kollege Michi Falli wieder übernehmen. Ihnen eine schöne Sportwoche, gesund bleiben und bis zum nächsten Mal.